Der Maylander, neuer Werbevertrag oder wie? Nein, das Teil, das hat es damals noch nicht in der Formel 1 gegeben. Wären wir mal gefilmt oder was? Dann, was machst du in meinem Auto? Sitzprobe, wir fahren aus der Sammel in Hockenheim am GTC-Finale. Und genau darüber reden wir in einem unserer nächsten Videos. Aber bis so eine virtuelle Talkrunde mal steht, muss erst ein bisschen eingerichtet werden. Ein Glück, dass wir Norbert Hock haben. Ja, mach mal diese Irrdinger raus, die ich habe nämlich auch, das ist garantiert besser. Okay, ist so besser? Viel besser. Und die Schärfe und Bildschärfe und alles ist ja auch okay bei mir, oder? Ja, genau. Aber ich sehe alle, ihr seid bombig aus. Natürlich reden wir dabei auch über die DTM und die Zukunft des Motorsports insgesamt. Ja! Ja, Mann! Zumindest, wenn alles klappt. Denn ein bisschen einrichten müssen wir noch. Herr Hock, das merkt man schon, dass der Medienprofi, weil der nimmt mir meine komplette Checkliste weg. Warte mal, Jungs, dann kann ich sie da rumdrehen. Jetzt tut es hier gleich einen Riesenschlag. Ich habe gedacht, mein Profil kommt dann besser rüber. Ja, kommt schon, kommt schon. Ich habe heute einen harten Tag gehabt. Ich habe heute morgen schon um 8 Uhr mir wieder die Gurgel und die Nasen da her stechen lassen. Das ist verkehrt. Ich muss mehr und mehr so stehen lassen. Hol mal der Lilly ihr Stativ oben. Da hat irgendjemand einen Termin, wo er weg muss. Der Bernd anscheinend jetzt schon. Ich bin dabei. Einer ist schon abgehauen. Das Interview-Video mit Norbert Hauck, Bernd Schneider und Bernd Meiländer gibt es am Wochenende auf den YouTube-Kanälen von motorsporttotal.com und formel1.de. Ich hole mir jetzt die Statistik. Okay. Dann kommst du so profiliert wie der Herr Meiländer kommst du dann raus. Ja, ich sehe aber viel besser aus. Ja, ich bin ja auch älter. Herr Meiländer, zwei von drei haben sich schon mal rasiert vor dem Interview, nur damit es mal klar ist. Ja, das Problem ist, meine Frau hält es gerade. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht hier ... Nee, ich denke, Bernd Schneider, du bist okay. Du bist okay. Ich bin okay. Ich sehe halt gut aus. Du bist ja, du siehst tierisch aus. Und Bernd, du bist jetzt wieder relativ tief im Bild. Wenn du eine Spur höher dich einrichten kannst, sodass dein Bild auch nicht höher ist, also du sprichst ein bisschen senkrechter. Oder du blitzt dich einfach aufrecht hin. Ja, du musst Bernd. Es wird ja interessant, wenn er mal sagt Bernd, Bernd. Das sind halt zwei Bernds. Beim Herrn Hauck, wir können es gerne beim Sie belassen. Ich finde, das ist okay, wenn wir die Fahrer auf dem Du-Niveau haben und sie als Grand-Seigneur ... Ja, könnte ich bei den beiden Jungs auch wieder einführen, finde ich jetzt. Ich schicke euch mal was, was ich für ein geiles Gerät habe. Tschüss. Also, ich tschüss.